Die Homebox ist etwas sehr praktisches. Doch du willst eine persönliche Ansage haben? Ich zeige dir jetzt, wie du es mit der MySWESCO Map machen kannst. Du öffnest auf deinem Handy die MySWESCO Map. Dort gehst du auf Produkte und dann auf deine Handynummer, die du die Homebox bearbeiten willst. Dann scrollst du herunter und siehst du die Homebox und die Anrufweiterleitung. Weiter geht es auf die Homebox verwalten und schon bist du in der Übersicht von deinen Homebox Einstellungen. Du siehst ganz oben links die Kachel, welche Ansage aktiv ist. In diesem Fall ist die Standardansage von Swisscom. Diese ersetzen wir jetzt mit einer persönlichen Ansage. Dafür öffnest du den Telefonmodus auf deinem Handy. Für eine neue Ansage aufzunehmen, drückst du lang auf 1. Schon hörst du die Stimme deiner Homebox, die dir sagt, was du machen musst. Noch ein kleiner Tipp zur Einrichtung. Du aktivierst den Lautsprecher aktivierst, dann hörst du immer, was die Homebox dir sagt und du kannst gleichzeitig auf die Nummer tippen. Dann gehst du wieder zurück in die MySWESCO Map und aktivierst die persönliche Ansage aktivieren. So einfach kannst du deine Homebox verwalten und eine persönliche Ansage aufnehmen. Ich bin Malik, Trainer bei Swisscom Academy und bis zum nächsten Mal. Jetzt soll das die vielen Ansage aufnehmen und derihe. Ich hatte dich dann an, das wir schlussendlich aufnehmen. Und dann geht's das die Ring und die Sonne. Das ist das die saubernste. Du musst es jetzt nachfühlen. Und du musst es auch nachfühlen. Aber du musst es nicht so nachfühlen. wenn du es nicht so nachfühlen und wie einig was bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.